Erster Schuss, Dominic Dommachurupa. Satter Eis. Dann mal mit dem zweiten Schuss. Zweiter Schuss, zweiter Treffer, Klasse. Erster Treffer, drei am Boden, der Punkt, Schuss für eine Menge Platz. Dominic Dommachurupa mit der letzten Kugel. Vier-Punkte-Aufnahme möglich. Klasse. Nach ohne Fehlschuss. Dommachurupa, fünfter Schuss. Dommachurupa, fünfter Treffer. Ja, pass. Aber was Punkt hat, wird geschossen. Nächster Schuss, Dommachurupa. Nächster Treffer, Dommachurupa. Dominic Dschurupa. Mr. 100%. Nächster Treffer. Ja. Auf jeden Fall, muss Dommel legen und Dommel legt. 8 Meter geradeaus. Quatsch. Ja, Dommel mit dem Karo. Nur die Frage, wie lange sie da liegt. Es geht zur Konzentrationsphase. Ja, es ist passiert. Mr. 100% will vielleicht nur einen weiteren Punkt abgeben. Ja, macht er. Hätte ich genauso gespielt. Da vorne eine hinlegen. Dommel lange im Kreis. Ja, ja. Bravo. Gucken. Kommt mal wieder zum Schuss. Ah, ist nicht kalt geworden. Mal kurz mit dem Klappkreis. Ja, boah. Mit 13 zu 7 gewinnen Dominic Dschurupa, Sascha von Pless, Frank von Pless. In einem wirklich schönen Spiel gegen Aileen Jena, Sönke Backens, Matthias Laukert. Ja,沒有 Arbeit. Aber es ist nicht kalt. Nein, ich kalt. Ich soft 49 как kalt portrait. Aber finalement, das ist kein Klapp давайте.